Ja, hallo und herzlich willkommen liebe Community, hier ist mal wieder euer Chris und jetzt geht es um unser eigenes TAS-Motor-Gerät. Ja, das sieht ein bisschen krass aus, was wir hier gerade so sehen, aber es ist nicht so kompliziert wie ihr denkt. Vergessen wir mal diesen unteren Teil hier, das ist nur die Stromversorgung. Es geht hier um den wunderschönen ESP8266, so heißt er nämlich. Sonst nehme ich ja immer die ESP32, aber ich habe mich jetzt mal entschieden, ich nehme jetzt mal den. Weil der wird ja original auch verwendet bei den TAS-Motor-Geräten. Ließ sich auch wunderbar mit TAS-Motor-Geräten und sowas flashen, also da gibt es auch schon tausend Videos, werden wir also nicht drüber reden. Ist die neueste TAS-Motor-Version drauf. So, hier unten haben wir dann unseren ersten wunderschönen Sensor. Ich weiß nicht, ob ich den scharf kriege, ja doch, können kriegen wir hin. Das ist der BME 280 von Bosch, der macht uns Luftdruck, Temperatur und Luftfeuchte. Wir sehen auch hier schön mit der Kabelei, das ist alles I2C, ja also hier haben wir gar keinen Stress. Easy peasy, ja, können wir einfach zwei Pins festlegen am ESP, das ist dann I2C. So, dann haben wir hier drüben noch einen kleinen Chip, das ist zu sehen, ja es ist zu sehen, so warte mal, da haben wir es. Das ist der ADS-1115, das ist ein vierkanaliger 16-Bit-Analog-Digitalwandler, das heißt mit dem können wir Spannungen messen bis 5,5 Volt pro Pin. Da müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir da nicht zu viel machen, den werden wir verwenden, um unsere Akkuspannung zu messen. Ja, damit wir halt wissen, welche Spannung hat unser Akku und da der 16-Bit hat, kriegen wir das wunderbar aufgelöst. Weil bei Lithium-Polymer-Akkus hier, also in dem Fall bei dem hier, da müssen wir natürlich aufpassen, dass wir den nicht overchargen, ja. So, hier haben wir einen 2000 mAh, 3,7 Volt, 1S Lithium-Polymer-Akku und der wird gemessen mit diesem Analog-Digitalwandler. Ja, damit können wir das messen, wie gesagt, 5,5 Volt wird ja diese Batterie niemals erreichen, sondern die wird ja halt quasi, ja, 4,2 Hz Maximum, ja, das ist absolutes Maximum. Und da sehen wir auch schon einen Kanal und zwar, das ist der hier, also hier, ihr seht hier die vier Kanäle, A0, A1, A2, A3, ja, man kann das sehen, doch, man kann es sehen, ja. Und A0 ist kaputt, deswegen habe ich den nicht belegt, den habe ich schon mal abgeschossen und A1 geht hier, dieses rote Kabel geht hier zur Batterie. Hier würde normalerweise eine Batterie drin sein, aber ich habe mich entschieden, eine externe, kleine, flache Batterie zu nehmen, die kann man hier wunderbar an dieses Solarmodul anschließen, das ist übrigens von WaveShare, nennt sich Solar Power Manager, das heißt, ihr habt hier einen Solareingang, den simuliere ich jetzt gerade hier mit meinem Netzteil, ja, also ihr seht hier, bei mir ist ganz schön das Chaos. Hier liegt übrigens die Solarzelle, die wir verwenden werden, das ist eine 6 Volt, lasst mich schon lügen, 3 Watt hat die, glaube ich, also 500 Milliampere wird die liefern und das habe ich schon mal ausprobiert, das tut sie auch. Und die geht hier an diesen Solar Power Manager von WaveShare, kann man sich kaufen, kostet 15 Euro oder so. Der hat den Vorteil, wir haben hier einen Eingang für einen Barreljack, also hier für so einen, wie heißt das, wie nennt man das in Deutsch, so einen Connector da, ne, weiß nicht wie der heißt, ich kenne das nicht in Deutsch, weiß ich nicht wie das heißt. Dann haben wir hier die zwei Strippen für die Solaranlage, also für die Solar, für das Solarpanel und wir hätten hier noch ein USB-Charge, das heißt, wir könnten hier noch mit dem USB rangehen und könnten auch die Batterie laden, wenn wir das irgendwie wollten. Hier kommt die Power raus, hier haben wir nochmal 5 Volt und 0 Volt Pins, die werden wir dann auch verwenden, das hier benutze ich jetzt nur für die Bench, also quasi zum Ausprobieren, später werden wir das hier mit Pins verlöten, damit das alles in das Gehäuse passt, ja, das Gehäuse habe ich euch ja schon mal kurz gezeigt, können wir gleich nochmal drauf eingehen. So, dann haben wir wie gesagt hier unseren Akku und wir haben hier unseren BMP, äh BME und wir haben hier unseren ADS-15 zum Spannung messen, wie gesagt, wir messen hier die Spannung, der Pluspol von der Batterie ist auch hier dran, also habe ich den hier mal kurz easy peasy dran gelötet, wird später noch schön gemacht, ja, so. So, und hier haben wir noch einen zweiten Sensor, das ist der INA 219, das ist ein, ähm, ja, das ist ein Sensor, mit dem man auch per I²C, sehen wir, vier Drähte geht auch hier mit dran, I²C, also das sieht nur so verwirrt aus hier vom Kabel, das ist gar nicht so schlimm, weil I²C ist ja ein Bus, ja, wird alles parallel geschaltet, Plus Minus und SDL, SDA, ja. So, das ist der Stromsensor, der kann bis zu, also Stromspannung, der kann bis zu 32 Volt messen und in dem Fall glaube ich, äh, 2 Ampere, ja, 2 Ampere glaube ich. Die werden wir nie erreichen und dementsprechend, äh, können wir diesen Sensor verwenden, ich nehme den immer ganz gerne, weil der eben, ähm, weil das eben ein I²C Sensor ist, ich hätte auch noch einen, ähm, ähm, 712er, das wäre ein normaler Stromsensor, den könnte man zum Beispiel auch nehmen, da muss man aber wieder alles möglich umrechnen und sowas alles, ja, deswegen. Also der ist in der Plusleitung drin, das heißt, ich simuliere ja hier, äh, meine, mein, mein Solarpanel mit meinem Power, mit meinem Netzteil gerade, das heißt, hier kommt die Plusleitung an, geht über diesen Sensor drüber und geht dann hier zum, äh, zur Solarzelle, zum Plus, ja, da sehen wir auch, da ist ein Plus, das Rote hier, ja, hier ist ein Plus angeschlossen und Minus geht ganz normal ans Minus vom Netzteil, ja, also ganz normal, das wäre jetzt unsere Solarzelle. Und das Geile ist, dieser Sensor kann, aufgrund der Masseverbindung, die er hier auch hat zum ganzen System, kann dieser Sensor auch das Potenzial dieser Spannung hier messen, also das heißt, wir können hier eine Spannungsmessung machen, ähm, ohne dass wir beide Pins dran haben müssen, das heißt, ich habe das Potenzial von dieser Spannung hier, das heißt, ich weiß also, wie viel aus dem Solarpanel reingeht, ja, also wie viel aus dem, ja, wie viel Energie quasi vom Solarpanel kommt. Ähm, das habe ich jetzt gemacht, um zu gucken, was schiebt das Solarpanel am Ende wirklich rein und für unseren Akku ist es ja nicht wichtig, wie viel Strom da reingeht, da ist immer nur wichtig, wie viel Spannung wir haben, denn den müssen wir ja überwachen, müssen wir gucken, dass wir einen Alarm bekommen, wenn das zu niedrig wird und so weiter und so fort, schauen wir mal, ja. Ja, einziger Nachteil bei diesem Board ist, ähm, das nimmt selber 40mA auf, das ist schon ordentlich und diese ganzen LEDs, die hier leuchten, ja, die werde ich dann wahrscheinlich noch ablöten, keine Ahnung, weil die fressen natürlich Energie, die ich nicht brauche draußen, ähm, in dem ganzen Projekt und, ähm, ja, da ist nämlich die Frage, draußen, 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 was bauen wir denn eigentlich? Das Ganze wird eine solarbetriebene Wetterstation. Genau, die können wir noch mit 1000 anderen Sachen erweitern, also ich habe das hier schon mal vorbereitet für euch, äh, wir könnten zum Beispiel auch, jetzt muss ich hier mal die Sachen rausschmeißen, die hier nicht reinhören, so, wir könnten hier zum Beispiel auch Relais mitsteuern, ja, Relais, dann Relaisplatinen, ihr seht schon, habe ich schon mal ein Gehäuse für gedruckt, das sind dann in dem Fall, ähm, ähm, da kommt hier eine 230 Volt Kabel rein, geht dann hier über diese beiden Relais, also ich schalte dann, äh, N und L, also, äh, Neutralleiter und die Phase, wird dann geschaltet, äh, allpolig abgeschaltet, das Ganze auch hier mit, ähm, Optokopplern, das heißt, wir haben auch eine galvanische Trennung und das Ganze ist low aktiv, das heißt, wir haben hier 5 Volt und, äh, 0 Volt angeschlossen zur Versorgung und diese Pins, die Schaltpins, die die Relais anschalten müssen, dann auf low gestellt werden, das ist aber kein Problem, mit das Motor sagt man dann einfach Relais unterstrich i, wie inverted, ja, und dann passt dieses UNF, passt dann wieder, ja, also von daher, dieses Relais können wir auch damit steuern, würden wir einfach nur zwei GPIO Pins nehmen, ähm, ähm, die wir uns hier aussuchen, ja, können wir uns hier aussuchen, sind ja genug dran, die würden wir dann einfach da anschließen und dann könnten wir damit easy peasy auch Relais schalten, habe ich schon gemacht, funktioniert auch wunderbar, tadellos, also das wird unsere Wetterstation, und unsere Wetterstation muss natürlich auch in ein Gehäuse, und dieses Gehäuse hat habe ich jetzt natürlich nicht hier am Tisch, aber ich werde es jetzt mal holen, so, nicht erschrecken, für euch ging's ja gleich weiter, ähm, ich hab mal das Ding geholt, also hier haben wir, ähm, das Gehäuse, habe ich gedruckt auf meinem Cobra von Anycubic, äh, in PETG, weil PETG ist natürlich, äh, UV-beständig, ähm, das ist so ein kleines Gehäuse, da haben wir hier unten diese Löcher drin, ja, und, äh, nach oben halt die Schirme, das war eben, äh, dass da kein Regen reinkommt, wir haben ein bisschen Stringing, das sieht man hier an der Seite so ein bisschen, ja, hier sieht man so ein bisschen Stringing, das ist aber auch völlig normal, äh, weil das ist PETG, und bei PETG gibt's halt immer Strings, und, äh, oder String, und wenn wir hier mal so reingucken, sehen wir auch, hier unten ist ein Gewinde eingelassen, damit wir das Ganze, ähm, verschrauben können, das, da sieht man auch ein bisschen das Stringing, ja, es ist okay, ja, dafür, dass ich das erste Mal PETG druckt hab, ja, hier sieht man zum Beispiel extrem, ja, äh, dafür, dass ich aber das erste Mal PETG druckt hab, finde ich das ganz okay, ähm, das Gegenstück zu dem Gewinde findet sich dann hier am Innenteil, das sehen wir hier auch, das ist ein bisschen besser geworden, da ist wenig Stringing passiert, sieht man, ja, also eigentlich ganz okay, das muss ich jetzt noch ein bisschen bearbeiten hier, da sind noch ein bisschen scharfe Kanten dran, und damit können wir das Ganze dann jetzt irgendwo anschrauben, und wir können dann einfach den Deckel nehmen und den oben drüber, und dann können wir das Ganze zusammenschrauben, und diese Wand hier, die hat, ähm, der Ersteller des, ähm, der Wetterstation, also das ist von Zingiverse, äh, verlinke ich euch in der Videobeschreibung, hat hier noch so eine Dings dran gebaut, so eine, hm, Behalterung, sag ich mal, und da können wir dann wunderschön hier unsere Sensoren und sowas dran basteln, ich hab ja, ähm, ein paar Schrauben, so M4, M3 oder irgendwas, und die können wir dann hier dran schrauben, und dann hält das Ganze, ja, und dann können wir das hier irgendwo festmachen, und können die ganzen Sachen dann, ähm, verschrauben, und dann draußen irgendwo hinpacken. Die Solarzelle wollte ich eigentlich oben drauf packen, also so mit so einer Schräge, ja, so ein Dreieck aus Holz, da dran kleben, da die Solarzelle drauf kleben, reicht vollkommen aus, äh, gucke ich mir dann mal an, ob ich das so mache, ähm, er hat ja unten auch ein Loch vorgesehen für Kabel, weil er das normalerweise per USB, äh, betreibt, äh, die ganzen Sachen, die er da hat, äh, da könnten wir dann das Kabel für die Solarzelle durchführen, sag ich mal, ja, weil man muss das Ganze ja verschrauben, nachher oben hier den Deckel, muss man schrauben, und wenn man jetzt hier eine Solarzelle drauf hat, dann verschraubt man das, und dann verdreht man die Kabel da unten drin, das ist eigentlich auch nicht so optimal, ja, deswegen weiß ich dann noch nicht, wie wir das machen. Aber, das ist unsere Wetterstation, die werden wir jetzt mal bauen, und, äh, ich hab euch ja schon gezeigt, wie es, äh, optisch aussieht, und jetzt gucken wir uns das Ganze dann mal im Code an. Wir sehen uns dann gleich wieder auf dem Computer. Bis gleich! So, nachdem wir dann mit der, äh, Hardware durch sind, gucken wir uns jetzt mal die Software-Seite an, äh, da möchte ich mal darauf hinweisen, auf das, äh, Video, was ich, ähm, davor hochgeladen habe, IO-Broker-Installation, das ist das, was wir jetzt verwenden werden, also, wir haben hier die, äh, üblichen verdächtigen, Portainer, IO-Broker, InfluxDB und Grafana, ähm, wie gesagt, das Video von IO-Broker, äh, was ich vor kurzem hochgeladen habe, ich verlinke das noch mal in der Videobeschreibung, äh, das bitte zuerst angucken, da seht ihr, wie ihr die Software installiert und wir haben dann im Prinzip die Möglichkeit, unsere Thermometer-Daten im IO-Broker, sozusagen, äh, hier aufzunehmen, das heißt, äh, die Werte werden jetzt hier übertragen, ihr seht das ja hier, ich gehe nochmal zurück aufs Gerät, hier sehen wir die Temperatur vom BME, hier sehen wir die Analog-Werte und hier sehen wir den INA-Strom-Messer und die Werte finden wir dann hier auch wieder, er ist ja klar, guckt, hier steht's links, steht's Thermometer und hier sehen wir dann alle Werte, die wir eben benötigen, also zum Beispiel die Analog-Werte, die sich ja permanent ändern, ähm, Temperatur, Drücke, ähm, Luftfeuchte und so weiter. Ja, und, äh, was wir hier unten noch haben, ist dann der Strom, das Strom- Thema, seht ihr hier vorne auf der linken Seite, steht INA 219, das ist der Sensor und, äh, hier könnten wir auch die Relais noch steuern, ja, wenn wir das hier zum Beispiel, könnten wir zum Beispiel setzen, die Werte, wir können das Ganze natürlich auch über eine, ähm, über eine Steuerung dann machen, über eine, wie so genannte Visualisierung könnte man das dann machen, ja. Visualisierung ist ein Thema, das machen wir später nochmal. Wichtig hier ist es zu wissen, ähm, alle Werte, die wir jetzt hier verarbeiten wollen und anzeigen wollen, müssen hier hinten, äh, mit dem Zahnrad angeklickt werden und, äh, müssen dann entsprechend hier auf die InfluxDB, ähm, ähm, aktiviert werden, damit diese Werte auch geschrieben werden. Seht ihr ja, die werden ja immer grün und werden immer geschrieben, das heißt, immer wenn so ein grüner Ping kommt, haben wir neue Werte bekommen und dann geht's in die InfluxDB, ja. Und nachdem wir das Ganze dann in der InfluxDB haben, können wir das Ganze, nachdem wir das Ganze in der InfluxDB haben, können wir das Ganze, was für ein geiler Satz, ähm, wenn wir das Ganze dann in der InfluxDB haben, können wir das wunderschöne Grafana aufrufen und hier beim Grafana sehen wir dann alle Werte, die wir haben wollen. Das Schöne ist, wir sehen hier halt die ESP-Spannung, also was hat der ESP gerade für eine Spannung? Das auf der linken Seite hier vergessen wir jetzt erstmal. Hier darunter sehen wir die Akkuspannung, das ist ja das, was ich euch erzählt hab. Wir messen die mit einem Analog-Pin und, ähm, wir haben hier den Luftdruck, die Temperatur, die Luftfeuchte, ja. Alles nochmal als Werte, dass wir hier zwar eine Übersicht haben, wie ist die Prognose, aber hier sehen wir dann die Werte nochmal, das sind die letzten empfangenen Werte, die wir haben. Hier haben wir die Solarseite, da haben wir dann die Solarspannung vom Solarpanel, weil ich einfach mal wissen will, was das so rausgibt. Wir haben hier den Solarstrom, was kommt raus aus der Zelle und das ist dann die entsprechend umgerechnete Leistung beziehungsweise der INA rechnet uns die ja schon selber aus, die brauchen wir bloß abfragen. Das ist alles I²C, super geil. Und hier oben habe ich mir dann noch die IPs rausgezogen, die werden ja auch übertragen, wenn ihr hier mal guckt, auf der Steckdose, dann schickt die Steckdose, ja, hier seht das ja, die schickt ihre aktuelle IP mit. Das heißt, wie auch immer ihr die konfiguriert, die IP wird dann immer hier auftauchen, ja, die wird immer hier oben angezeigt und das habe ich einfach nur deswegen gemacht, wenn man eben auf diese Steckdose will, dann macht man einfach Kopieren, man könnte jetzt dazu wechseln, ja, könnte man auch machen, aber ich mache es jetzt mal so und dann könnten wir einfach auf die Steckdose wechseln und schon sind wir bei der Steckdose, die jetzt gerade an meinem Laptop hängt, ja. Das ist auch die, die ihr ja quasi hier auf der linken Seite seht. Ja, das ist die, die den Server-Laptop sozusagen gerade betreibt. Da sehen wir auch schön, hier hat gerade 29 Watt Verbrauch, hier sehen wir mal ab und zu ein paar Lastspitzen auf 36 Watt, aber ist alles noch vertretbar und da sehen wir auch, wie viele Kilowattstunden wir heute verbraucht haben und heute verbraucht haben und insgesamt, ja, das ist halt das Geile, man speichert ja alles. Problem ist, glaube ich, das wird zurückgesetzt, sobald man die Steckdose vom Strom nimmt, also wird nirgends wohl gespeichert, glaube ich, soweit ich weiß, das ist dann schade, weil wenn man es dann wirklich mal umbaut, dann sind die ganzen Daten weg, ja, da muss man sich die halt aufschreiben und dazu rechnen, wie auch immer. Ja, und jetzt ist die Frage, die Frage aller Fragen, wie soll das funktionieren, dass wir hier von diesem Analogwert, ja, das ist ja einmal der ADS 15 Eingang 1 und 2, wie gesagt, 0 habe ich ja kaputt gemacht, habe ich euch erzählt, da war eine zu hohe Spannung dran, wie kriege ich denn aus diesen kryptischen Werten, die wir ja haben, 21495, wie soll ich denn da jetzt eine Spannung draus machen, ja, wie soll das funktionieren. Dazu habe ich auch schon ein Video hochgeladen, ich hoffe, ich habe es dann schon hochgeladen und zwar ist das hier im IO-Broker, müsst ihr die, die JavaScript, den JavaScript Adapter installieren und dann bekommt ihr hier links den Punkt Skripte und das ist das JavaScript, was ich verwende, um die Thermometerwerte umzurechnen und das ist eigentlich auch total simpel gemacht. Wir lesen die normalen Analogwerte ein und wenn die kleiner als 30.000 sind, was sie ja sind, weil 30.000 ist ja der Maximalwert, dann wird die Variable A0 Volt, das ist eine andere Variable, die wird auf den Wert gesetzt von dem, was wir hier auslesen, also zum Beispiel 24.000. So, danach wird A0 Volt auf den Wert gesetzt, der sich hier hinten aus dieser Division ergibt, also A0 Volt durch 5.333. Darauf wird A0 Volt dann quasi gesetzt. Das ist diese Umrechnung von Analogmisswert auf auf richtiger Volt, also auf richtige Volt Zahl und dann wird A0 Volt aktualisiert mit A0 Volt, die wir hier im Prinzip errechnet haben sozusagen und dementsprechend haben wir dann in der Variable A0 Volt, die zwar unter Objekte, ich habe die bei mir unter JavaScript gespeichert, hier sehen wir A0 Volt, da gucken wir uns mal hier die Batteriespannung zum Beispiel an, ja gut, da können wir jetzt nicht wirklich viel sehen bei der Akkuspannung, aber wir sehen, die hat hier 4, irgendwas Volt und das ist das Schöne, dadurch, dass sie so eine hohe Auflösung hat, können wir mit der Zahl auch viel machen. Wir können uns dann nämlich zum Beispiel zwei Zahlen nach dem Komma anzeigen lassen. In dem Fall habe ich mich jetzt für zwei Stellen nach dem Komma entschieden, einfach weil wir ja 4,20 Volt haben wollen, wenn der Akku voll ist und 2,90 Volt, wenn er leer ist, dann können wir halt genau gucken, was hier passiert. Deswegen zwei Stellen nach dem Komma, das kann man ja alles mit Grafana einstellen. Und da ist auch die Frage, Grafana, wie kriegen wir dann die Werte, die wir hier jetzt quasi in unsere InfluxDB schreiben, das geht ja hier mit dem Zahnrad, InfluxDB aktivieren, dann wird dieser Wert in die InfluxDB geschrieben, es werden ja nicht alle Werte reingeschrieben, zum Beispiel hier diese 16.52, die Daytime, wird nicht reingeschrieben, weil ich brauche keine Uhrzeit da an der Stelle, wofür auch, ja, ich weiß wie spät es ist, dementsprechend wird dieser Wert nicht in die DB geschrieben. Sollte man auch nicht machen, alles reinzuschreiben, weil so eine DB ist natürlich nicht unendlich groß und ja, die möchte ja natürlich auch nur mit Sachen befüllt werden, die wir tatsächlich auch verwenden wollen. So, und nachdem wir das Ganze dann jetzt in die DB geschrieben haben, können wir uns das hier rausziehen und ich zeige euch das mal respektive hier an der Akkuspannung, editiere ich mal und da, das haben wir ja schon alles schon mal gemacht im Dings, hier machen wir dann, suchen wir uns die JavaScript Variable A1 raus, ja, also hier seht ihr, JavaScript 0 Variable A1, das ist ja diese Variable hier, A1, ja, die heißt so JavaScript Variable A1, das ist quasi unsere 4,03 Volt von unserem von unserem Akku aktuell, die wählen wir uns hier aus und hier unten bei Select, da schreiben wir rein, machen wir hier mit dem Plus hin und dann schreiben wir hin Last, so, ne, so, jetzt nochmal Last, schreiben wir Last rein, klicken das an und damit kriegen wir immer den letzten Wert. Das ist halt wichtig, dass ihr das macht, weil sonst würden die nämlich, ähm, wird ein Durchschnitt hier gebildet und dann habt ihr nicht die aktuelle Spannung, ja, also bei den Spannungen und Strömen und Co. müsst ihr hier unten das Select auf Last stellen, hier unten, das hier, also rechts hier bei Calculation schaltet ihr auch auf Last und Numeric Fields und dann habt ihr die Sachen hier auch angezeigt als statischen Wert sozusagen, der dann am Ende immer den aktuellen Akkustand anzeigt. Bei den IPs ist es ein bisschen komplizierter, die IPs werden auch in die Datenbank geschrieben, äh, aber bei den IPs habt ihr das Problem, ich zeige euch das mal, dass die manchmal nicht angezeigt werden und da kann ich euch nochmal einen Tipp geben, woran das liegt, ihr müsst hier wieder auf, äh, Thermometer Info Info 2 IP Adresse, ja, das ist ja dann die IP Adresse, die wir ja auch wieder hier übertragen, ich zeige euch das mal, wir gehen auf Sonoff, wir gehen auf Steckdose, äh, Thermometer und dann gucken wir, hier steht irgendwo die IP Adresse, wo steht sie, wo steht sie, wo steht sie, ich hab's vergessen, äh, irgendwo steht hier die IP Adresse, ich weiß es nicht mehr, ich hab's vergessen, wo ist sie? Achso, ja, wartet mal, ich glaub die ist unter Info, kann das sein? Unter Info, da ist sie, hier ist unsere IP Adresse von unserer, von unserem Thermometer und dieser Wert heißt halt Info 2 IP Adresse, ja, und da haben wir hier dann Info 2 IP Adresse von Thermometer, das ist unsere IP Adresse und da machen wir auch die letzte, also stellen wir das auf Last und was wichtig ist, ihr müsst hier drüben, ja, also müsst ihr ein bisschen runterscrollen, statischer Wert hier oben, ne, ihr müsst hier unten bei Fields, hier müsst ihr dann auch das entsprechende Field eintragen, weil normalerweise steht das so und dann sagt er No Data und ihr kriegt es nicht angezeigt, weil No Data, ja, also müsst ihr hier einstellen auf die IP Adresse und dann habt ihr immer die IP Adresse, die wird euch immer angezeigt dann, ja, die aktuelle, selbst wenn ihr die ändert, wird die angezeigt. Ja, Stromspannung können wir jetzt nicht machen hier mit dem Solar, weil ihr müsst jetzt aufstehen und da einen Taster drücken, da habe ich jetzt auch keinen Bock drauf und wir sehen dann hier wunderschön die ganze Oberfläche, was bei Grafana halt ein großer Nachteil ist, Grafana kann, glaube ich, keine Befehle senden, soweit ich weiß, wenn das doch so ist, dann korrigiert mich bitte, weil ich bin der Meinung, dass Grafana nur Sachen anzeigen kann und nicht senden, weil sonst hätte man jetzt hier noch einen On-Off-Button dazu gemacht, aber dazu haben wir ja hier im I.O. Broker noch die Möglichkeit, wir haben hier die Möglichkeit der Visualisierung, ja, da kannst du hier Visualisierung, da sehen wir hier, welche Visualisierung es gibt, in dem Fall haben wir hier die Visualisierung, wir könnten auch, wie heißt das Ganze, ach Mensch, mir fällt das immer nicht ein, wenn ich es euch sagen will, das Ganze heißt E-Charts zum Beispiel, könnten wir auch installieren, damit können wir dann auch wunderschöne Charts sehen und mit der Visualisierung, das ist das Schöne, könnt ihr dann im Prinzip auch ein Interface bauen, wo ihr dann eure Steckdosen auch mit steuern könnt, also wo ihr dann nicht nur, wo ihr dann nicht nur Werte angezeigt bekommt, sondern zum Beispiel auch Steckdosen im Außenbereich steuern könnt, zum Beispiel euer Licht, eure Gartenpumpe, was auch immer. Das Ganze funktioniert auch mit Alexa, ganz einfach, ja, muss man einfach nur die Tasmota-Steckdose nehmen, geht auf Configuration, geht auf Configuration Asa, glaube ich, genau, und trägt dann hier unten den Friendly-Namen ein, das ist der Rufname dieser Steckdose, wie ihr sie rufen wollt, zum Beispiel Pumpe, und dann müsst ihr hier unten das Belkin Vimo aktivieren und dann im Alexa in der App im Handy die Steckdose suchen, die wird sich dann mit Tasmota oder mit Hunde-Futter oder was auch immer, wie ihr die genannt habt, wird die sich melden und dann könnt ihr die einfach auch ansprechen und dann macht die das auch, ja. Das habe ich auch schon ausprobiert, das funktioniert tadellos. Ja, so, das ist das Projekt. Was wir dann hiermit nachher noch machen am Ende, ob wir da noch eine schöne Visualisierung draus machen, das sei jetzt mal dahingestellt, das wäre jetzt erstmal möglich, denn die Daten sind in der InfluxDB drin und wir können auch mit dem IO-Broker und der Visualisierung, zum Beispiel Hub-Portal oder Visu oder wer auch immer die alle heißen, es gibt ja eine Million Visualisierungen für IO-Broker, könntet ihr das visualisieren und dann auch Steckdosen damit schalten, vom Handy aus, ganz einfach mit der App, Bing-Bong, Bing-Bong, super geil. Okay, und ja, das war's. Das war das Projekt Wetterstation sozusagen für draußen. Jetzt aktuell liegt es ja im Keller, deswegen haben wir ein bisschen andere Temperaturen und so. Und wir sehen uns dann im nächsten Video, wenn es wieder heißt, wir basteln irgendwas. Wenn ihr Fragen habt, unten in die Kommentare, Videobeschreibung, packt euch alle Infos rein, die ihr wissen müsst und dann sehen wir uns wieder beim nächsten Projekt. Bis denn, tschüss, euer Chris.